Tja, was darf ich euch hier heute vorstellen? Das ist meine alte Mosaikarbeit. Eine alte Mosaikarbeit noch aus Stuttgarter Zeiten begonnen. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls ist sie heute fertig geworden. Ich habe sie verfugt. Und ja, die heißt Landscape, die Arbeit. Ich mache mal kurz hier so rundherum. Das ist das Original, also so wie ich sie gelegt und gearbeitet habe. Verschiedene Materialien, Glas, Altkeramik, also sowas wie Tassen, Teller, alte Fliesen, neue Fliesen und auch andere Materialien. Das ist ganz verschieden. Und hier, ich mache mal einen Schwenk dazu, das ist die Vorlage, die Motivvorlage, die verwandelte gewesen. Anhand dessen ich das Tablett, das Motiv für das Tablett entworfen habe. Ja. Nochmal einen Schwenk. Ja, das ist der gesamte Blick der Arbeit auf meiner Arbeitsplatte. Landscape. Kommt zu mir nun endlich doch in die Küche.